Jo Gerner, Wolfgang Barrow, trägt momentan einige Sorgen mit sich herum. Seine leibliche Tochter Mathilda, Anna-Katharina Fächer, ist im Kollekiez aufgetaucht und arbeitet ausgerechnet bei Female Kubik. Bisher ahnt sie noch nicht, dass ihr Kollege Jo auch ihr Vater ist. Immer wieder sucht er ihre Nähe, will mit ihr Lanschen gehen. Doch genau das führt zu einem fatalen Missverständnis. Jo Gerner schlägt seinen Stiefsohn Moritz, Mathilda und Moritz, Lennart Borchert, denken, dass Jo sich an sie ranmachen will. Daraufhin stellt sie ihm gegenüber klar, ich möchte unseren Umgang gerne auf rein berufliche Angelegenheiten beschränken. Moritz wird noch deutlicher, wie notgeil kann man eigentlich sein, wirft er seinem Stiefvater vor. Ein Unding für Jo, er schlägt Moritz mit voller Wucht ins Gesicht. Wenig später gesteht er Ehefrau Yvonne, Gieser-Zach, seinen Ausraster. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich war bei Moritz. Ich wollte mit ihm sprechen, weil ich mir sicher war, dass er Mathilda eingeredet hat, sich von mir fernzuhalten. Er hat mir unterstellt, dass ich ein sexuelles Interesse an Mathilda habe, an meiner eigenen Tochter, erklärt er aufgebracht. Wir sind in Streit geraten. Ich habe mich nicht mehr im Griff gehabt. Ich habe Moritz eine Ohrfeige gegeben. Es tut mir leid. Das hätte nie passieren dürfen. Moritz' Mutter Yvonne ist stinksauer. Ich kann verstehen, dass dir das nahe geht. Aber nichts daran rechtfertigt, dass du jemanden schlägst, schimpft sie. Moritz erfährt die Wahrheit über Mathilda. Wenig später sucht Jo ein klärendes Gespräch mit Moritz und verrät ihm endlich die Wahrheit. Solange Mathilda nicht weiß, dass ich ihr Vater bin, kann sie mich auch nicht hassen, erzählt er offen. Die Frage ist nur, wann wird Mathilda selbst davon erfahren?